Liebe Zuhörer, willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts der Magazine Keys und Recording-Magazin. Wir sprechen heute über die Produktion eines Strap-Songs und dazu haben wir Alexander Vassic, auch bekannt unter dem Künstlernamen Alessandro, angeladen. Hi Alex, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hi, freut mich, danke vielmals. Danke an das Recording-Magazin-Team und an dich für die Einladung und das Podcast hier bei euch. Ja, sehr gern. Wir haben uns ja schon vor ein paar Monaten im Artist-Studio in München getroffen und du hast dich ja damals vorbereitet auf die Übernahme des Studios. Also wie ist die Lage? Darf man schon gratulieren? Leider noch nicht, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Formalitäten werden halt noch geklärt und Verhandlungen wie, wann, zum welchen Zeitpunkt genau. Aber auf jeden Fall ist alles noch so wie besprochen. Die Übernahme steht bevor. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Zukunft und auch mit dem Weg, beziehungsweise die Ausmache mit dem Lang. Genau, Herr Lang ist ja der jetzige Studiobesitzer noch. Genau, genau. Noch der Studiobesitzer. Ein alter Hase in dem Business. Über 40 Jahre Betrieb, also schon Wahnsinn. Richtig Respekt, Hut ab. Auf jeden Fall eine ganze Menge Erfahrung, von der du dann auch wahrscheinlich ziemlich viel profitieren konntest jetzt in den vergangenen Jahren, wo du da mitgearbeitet hast, sage ich mal. Definitiv, im Ingenieurbereich auf jeden Fall. Sehr, sehr viel mitgenommen, sehr viel ausgetauscht. Auch diese Digitalisierung ist für ihn auch sehr interessant und sehr, da kann er quasi auch von mir ein bisschen was abgucken. Wir geben und nehmen, sagen wir es so. Super cooles Team bislang gewesen. Also macht Spaß immer noch. Ja gut, das ist doch die Hauptsache, ne? Ja, so ist es, so ist es. Ja, cool. Alex, du hast ja vor kurzem jetzt deinen neuen Song aufgenommen, der heißt Teufelskreis. Genau. Genau und also im Prinzip hast du ja alles daran gemacht, ne? Also du hast es recorded, du hast es produziert, du hast es gemixt und gemastert. So ist es, ja. Ja, das ist erstmal auf jeden Fall Respekt dafür, ne? Das ist ja auf jeden Fall, da gehört schon ordentlich was dazu, dass man so einen kompletten Song wirklich von Anfang bis Ende in Eigenregie machen kann. Danke vielmals. Es ist ja ein typischer Trap-Song, sag ich mal, wie das jetzt so aktuell im Trend ist. Schön ordentlich, ne fette Baseline und so. Ja. Und natürlich darf Autotune nicht fehlen. So ist es, so ist es. Ja, es ist mittlerweile ein modernes Tool, was fast jeden, jeden Song begleitet. Finde ich, finde ich, ich mag's, sagen wir es so. Man kann damit arbeiten. Ja, es ist, also ich, um das kurz zu erläutern zu dem, dass ich das alles alleine gemacht hab, es ist mir leider nie gelungen, ein richtig gutes Team aufzubauen, was das alles für mich machen wollen würde. Ich hab auch oft um Hilfe gebeten, aber es kam irgendwie nie zustande. Also nicht, weil sie nicht wollten, sondern es hat mir manchmal zu lange gedauert oder der Stil hat nicht gepasst oder was auch immer. Und seitdem ich eigentlich es dann ernst genommen hab, nach meinem Studium, hab ich mir gedacht, hey, versuch dich doch einfach selbst. Mach einfach dein eigenes Zeug. Also versuch von 0 bis 100 quasi selber eine eigene Regie zu führen. Und Gott sei Dank, ich hab den Weg gefunden, es klappt. Es macht mir auch Spaß unheimlich, weil ich quasi komplett meine eigene Kreativität ausleben kann, auch mein Geschmack. Ja, daher finde ich das einen coolen Weg auf jeden Fall. Und zu Autotune, das ist halt quasi die Zeit, also ich komme aus den 90ern. Musik hat für mich aus den 90ern begonnen. Drew Hill, Usher, DMX, Tupac, Biggie und all die ganzen super krassen Profis, also Musikhelden in meinem Kopf. Genau, auch definitiv viele, ja eigentlich Legenden darunter, ne? Ja, definitiv. Also man kann auf jeden Fall sagen, lebende Legenden. Bis auf Tupac Leiter und Biggie, ja. Ja. Damals Autotune bis auf Cher gab's gar nicht. Also hat keiner benutzt, konnte keiner. R'n'B-Gesang war so die Top-Line, das war das Know-how und so. Wenn jemand gesungen hat, dann war's Gänsehaut pur und so. Oder halt R'n'B, diese Vermischung aus Tanzbeats mit Gesang und das hat mich immer inspiriert. Ist leider heutzutage nicht mehr vorhanden, sagen wir es so in Anführungszeichen. Und das ist genau diese Mischung, die ich eigentlich erreichen will. Ich will diesen alten R'n'B mit dieser neuen Welt vermischen. So ist quasi auch der Teufelskreis entstanden. Also so in der Richtung. Viel Gesang, also ich mach quasi alles nur Gesang. Ich hab da keine Rap-Einlagen. Aber die Musik ist schon sehr modern und sehr, wie du sagst, schon basslastig. Trap angehaucht und genau. Genau, das ist ja eigentlich auch, was dich im Prinzip ein bisschen von der Masse abhebt, dass du eben nicht typisch, sag ich mal, darauf rappst, sondern du singst tatsächlich darauf. Genau, genau. Das kommt genau aus diesen 90ern, weil ich liebe diesen Gesang. Ehrlich, dafür bin ich, glaube ich, Musiker geworden. Das berührt mich selber. Ich komme aus einer musikalischen Familie. Meine Mutter ist auch Sängerin und meine Onkel ist. Und alle beschäftigen sich quasi mit Gesang. Und das hat mich schon als kleiner Junge berührt. Mehr wie Rap. Ich finde Rap cool, wenn das jemand gut machen kann, wenn er eine coole Story hat. Dann finde ich, ich höre es mir gerne an. Aber Gesang ist für mich so die Heiliger der Musik. Stimme ist Stimme. Ja, cool. Dann wurde dir das ja quasi schon in die Wiege gelegt. Tatsächlich, ja. Gott sei Dank. Ja, ist auf jeden Fall ein Bemerdenswerger Song. Auch, ja, deine Gesangsparts sind definitiv was anderes, sind wirklich mal, also heben sich wirklich ab. Danke. Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier dem Mund noch fusselig reden, hören wir doch einfach mal kurz rein, damit unsere Zuhörer auch ein bisschen eine Ahnung kriegen, von was wir hier überhaupt quatschen. und, äh, genau, hören wir uns mal kurz an. Gerne. Das Geld vermehrt sich heutzutage viel zu schnell. Heute brauchst du Tag für Tag ein dickes Fell. Dein Leben gegen Scheine tauschen geht zu schnell. Und wenn Lila Scheine scheinen, scheint es wieder grell. Du chillst dein Leben. Du chillst dein Leben. Ich find, bei dir läuft. Du runtern nimmst gar nix. Du guckst, das Geld bei dir rollt. Und jeder rollende Meter braucht Geld aus den Taschen. Und jede Tasche braucht Geld. Geld zu verpassen. Verpassen kann man aber nur mit verdienen. Verdingen kann man dieses leicht schmutzige Geld. Denn auf den Straßen weht ein anderer Wind. Und an dir wird Geld einfach noch mehr wert. Und schon kreisst du wieder, wieder mal im Teufelskreis. Und der Teufel kreist ins Amt mit der Mild. Und schon kreisst du wieder, wieder mal im Teufelskreis. Und der Teufel kreist. Und der Teufel kreist. Vergeiß. Einmal um die Welt. Vergeiß. Vergeiß der Teufel mit dir und ihr Wett. Vergeiß. Einmal um die Welt. Auf jeden Fall echt gut geworden. Haut auf jeden Fall rein. Danke vielmals. Freut mich. Wie kam dir denn eigentlich die Idee dazu, so einen Song zu produzieren? Hm, das ist ein bisschen... Naja, ich bin immer so ein Denker. Ich nachdenklich und melancholisch. Und wie funktioniert die Welt? Und was passiert tatsächlich hinter den Kulissen und alles? Und ja, wie üblich. Man kennt Kriminalität auf der Straße. Man kennt dieses ganze Zeug, was eigentlich, naja, schlecht ist im Prinzip. Ich habe Freunde, die sind auch schon, leider Gottes, im Gefängnis gewesen. Haben auch Scheiße gebaut letztendlich. Und dadurch kam mir die Inspiration, weil ich habe immer wieder quasi dasselbe gesehen. So, die machen Blödsinn und dann läuft das eine Zeit lang gut und dann sind sie wieder weg. Gefängnis oder was auch immer. Oder die machen Geld mit irgendeinem Schmarrn und dann ist das auch wieder weg. Es wird denen irgendwie weggenommen. Also irgendwie hat mich das inspiriert, dass, wenn man quasi mit dem Bösen zu tun hat, in dem Fall Teufel, dass sich alles immer wieder in diesem Teufelkreis dreht und du fängst quasi immer von vorne an. Du hast nie die Möglichkeit, irgendwie was Gescheites daraus zu machen. Also, und das, so hat mich das inspiriert. Und ich wollte einfach mal sowas auf Blatt geschrieben haben. Weil an sich, ich glaube, ich habe persönlich noch nie, ich weiß nicht, ich muss auch ehrlich zugeben, so oft, ich bin Musiker, ich produziere sehr viel und mache und tue, aber hören tue ich eigentlich weniger. Okay. Das ist komisch bei mir, aber das ist tatsächlich so. Also, ich höre mir quasi nur die überkrassen neuen Hits, die vielleicht zufällig irgendwo beim Freund abgespielt werden und den merke ich mir dann und denke mir, wow, geile Nummer. Aber so, dass ich forsche, wer wo was jetzt gerade rausgebracht hat, das tue ich nicht. Aber auf was ich zurückkommen will, ist, dass ich dieses Thema, was ich angesprochen habe, diesen Teufelskreis, dass ich den an sich nie so wirklich gehört habe als Song. So, es gibt bestimmt Titel, die heißen genauso, aber so eine Thematik habe ich in dieser Form, Art und Weise, Trap, Gesang, Deep, textmäßig, eine Message, sind quasi schon auch irgendwo ein Storyteller, habe ich so noch nie gehört. Okay, und du erzählst dann im Prinzip auch einfach so ein bisschen was aus deinem Leben, was du halt so erlebt und gesehen hast. Genau, tatsächlich ist das so, ja. Cool, ja, das ist ja eigentlich auch der Ursprung von Rap, ne? Also, ja, die Leute haben ja im Prinzip da ihr Erlebtes mehr oder weniger verarbeitet oder erzählt. So ist es. Das war auch eigentlich immer mein Grundgedanke, wenn ich Musik mache. Also, ich habe nie irgendwie freierfundene Storys irgendwo hergeholt und habe die dann auf ein Blatt geschrieben. Das war schon immer eine Inspiration in mir selbst. Entweder waren es Erlebnisse oder gerade so Liebessongs, dass ich einem Mädchen etwas sagen wollen würde, was ich mich nicht traue, aber es dann auf ein Blatt bringen und als Song schreibe. Also, es sind immer quasi Gefühle, Gedanken, die in mir entstehen und die ich dann singen will quasi oder auch als Song herausbringen will. Genau, im Prinzip drückst du dich dadurch aus, kann man sagen. Genau, ich drücke mich dadurch aus. Genau, so ist es. Ja, sehr schön. Und Teufelskreis, also wie ist der dann entstanden beziehungsweise hast du den rein in der DAW produziert oder hast du Instrumente aufgenommen oder wie genau hast du das angestellt? Also, Teufelskreis an sich habe ich nicht, also alles in der DAW entstanden. An sich, klar, arbeite ich auch mit Instrumenten. Ich spiele auch selber vier Instrumente, also mit meiner Stimme in dem Fall. Ich spiele Gitarre, ich spiele Piano, ich spiele Schlagzeug. Ich benutze diese Elemente auch sehr oft, akustisch. Aber in dem Fall nicht, weil Trap, ich weiß nicht, da hat es nicht wirklich reingepasst. Also ich wollte es sehr modern halten und auch diesen deepen Sound erzeugen, da habe ich es nicht nötig gehabt. Also ich habe es einfach so belastet, alles mit der DAW. Ich arbeite auch sehr gerne mit Plugins, füllt komplett meine Erwartungen, erfüllt es auf jeden Fall. Genau, also im Prinzip hast du dann auf Samples zurückgegriffen und hast dir entsprechend den Beat gebaut und hast dann sicher eine Reihe an virtuellen Instrumenten da mit eingebaut. Klar, ich arbeite viel mit Native Instruments. Massiv, also Massiv gerade so als Plugin. 8 or 8, ja klar, diese ganzen typischen Standard-Trap-Sachen, gerade für den Song jetzt. Was für Instrumente hast du denn dann benutzt in deinem Track? Also Massive hast du ja gerade gesagt. Genau, Massive. Hast du da schon dieses Neue, also das Massive X? Massive X, genau. Aber das Teufelskreis war noch nur das normale Massive. Aber ich habe jetzt mittlerweile das Massive X auch für die neuen Sachen, die jetzt noch in Zukunft anstehen und kommen. Ja, Vocal Jobs von Enhanced quasi. X, wie heißt es, wie heißt es, X-Hands? X-Hands, glaube ich, spricht man das aus? Da, aber in dem Song sind viele Vocal Jobs, hört man auch, glaube ich. Genau, ja, auf jeden Fall. Ist ja auch so Trapp-typisch, ne? Ja, schon. Besse, ich glaube, das sind Presets, um ehrlich zu sein, vom Massive. Ich bastel natürlich da immer wieder rum, verlängere die Release-Zeiten oder Tag-Zeiten, mache ihn mir quasi fetter oder dünnen ihn aus, wie auch immer. Ich lasse den Preset quasi nie so, wie er ist. Ich mache das dann schon nach meinem Geschmack. Er ist quasi ein Ausgangspunkt für dich. Ja, genau, genau. Aber an sich, jetzt ganz genau, müsste ich nochmal reinschauen, was ich so benutzt habe. Aber das Grundlegende, viel mit Massive, auf jeden Fall in der Hinsicht. Viel mit Massive gearbeitet, ja. Ja, ist ja auf jeden Fall sehr unbefangreich. Also im Prinzip, ja, kannst du ja in den kompletten Track damit, sag ich mal, bauen. Könnte man, ja. Aber Maschinen, Maschinen, Maschinen habe ich auch. Maschinen Studio quasi und da, das ist auch legendär. Also diese zwei Sachen in Kombination, da hast du eigentlich, bist du voll bedient, definitiv. Ja, krass. Und hast du dann auch für die Melodie Massive genommen oder hast du da irgendwie ein anderes Instrument noch eingefügt? Ja, meistens Massive für Synthesizer oder Bässe. Sowas verwende ich halt oft mit Massive. Ansonsten hier bei dem Song habe ich jetzt, da gibt es die Keys, da gibt es Piano am Anfang, das ist von Alicia Keys von Native Instruments. Die verwende ich sehr gerne. Ansonsten, was habe ich da noch? Ich, Battery, mit Battery habe ich die Drums eingespielt. Battery 4. Und hast du, hast du live übers Pattern eingespielt oder hast du das programmiert? Genau, über die, ne, ich spiele eigentlich, also das ist immer so, dass ich immer alles mitspiele. Ich programmiere es nie über Pattern, das habe ich mir irgendwie angeeignet und kann und will das irgendwie auch nicht loswerden, weil das ist irgendwie so ein Teil, Teil meiner Musikproduktion, dass ich das, ja, inspirativ mache, so wie ich fühle, dass das auch quasi so rübergebracht wird. Ich spiele das meistens selbst ein, entweder Maschinen oder auf Keyboard halt. Je nachdem, genau. Dann habe ich Contact, Contact 5 damals in dem Fall. Contact 5, ja, das ist schon eine Weile her. Genau. Ja, 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 mittlerweile, der Song ist ja auch eine Weile her. Wann hast du den dann produziert ursprünglich? Ich glaube, vor vier, fünf Jahren. Ach was, okay. Ja, also wenn ich jetzt mal aufs Datum gucke, ist der von 2016. 14.05.2016, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, 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 und leider, es hat lange gedauert, um dieses Management in die Hand zu nehmen, weil davor habe ich mich immer gescheut im Prinzip. Ich wusste nicht, wie wirklich, aber jetzt mache ich es einfach. Ich schaue jetzt, dass ich da Fuß fasse, mir einen Weg bastle und mittlerweile gibt es ja auch diese ganzen Plattformen online-technisch, dass man das auch vertreiben kann selbst. Genau, lass uns da nachher nochmal auf jeden Fall zu sprechen kommen, auch weil es bestimmt einige Zuhörer gibt und ich kenne das auch selber irgendwie, wenn man so ein bisschen am Anfang ist, es ist irgendwie alles so viel und man bekommt keine konkrete Information, wie man jetzt am besten vorgeht. Ich meine, es gibt sicher auch jetzt keinen festen oder besten Plan, aber vielleicht kannst du da einfach dann nachher aus eigener Erfahrung noch ein paar Tipps geben. Ja, jetzt noch zum Beat Contact habe ich Chöre quasi, wie? Chor verwendet, Chor heißt das? Aha, okay. Also Chor, genau, so ein Kirchenchor, genau, weil da ist auch viel mit Chören unterlegt quasi. Ansonsten Bank Kit von Maschinen selbst, nennt sich so das Preset quasi. Da bastle ich mir mal ab und zu, oder ich nehme mir ein paar Sachen raus und kreiere sie noch ein bisschen selbst. und genau. Ansonsten, äh, war es das? Also Massive, Felicia Keys, Contact 5 damals und Preset Drums von Maschinen. Okay, ist ja eigentlich, äh, ja, relativ simpel gehalten von der Anzahl der Instrumente, sag ich mal. Definitiv, finde ich auch. Ja, ich versuche es auch, ich liebe Dr. Dre und der hat ja so eine, so eine ganz abgespeckte Version von Klängen benutzen, die am Ende dann fett klingen. Das, ich finde, ich finde seine, seine Arbeitsweise wahnsinnig krass, wie man das, wie man das schafft. und ich versuche mich quasi immer so gering wie möglich an, an, also, beziehungsweise versuche ich so wenige Instrumente wie möglich zu verwenden, aber trotzdem meinen fetten Song draus zu basteln. Das ist, manche benutzen ja 30, 40 Spuren, um irgendwie den Beat fett zu machen und das ist keine Absicht, also ich will das meistens so auf 7, 10 minimieren, so. Ah, okay, genau, weil, äh, es ist ja auch vermehrt das Thema Layering aufgetreten, ne, beziehungsweise man, man hört es eigentlich, ja, ständig hier noch ein Layer, da noch ein Layer, also das, äh, da bist du überhaupt kein Fan von, oder? Nicht wirklich, nein, nicht wirklich. Mhm, okay. Es ist ja auch genreabhängig, also, ich weiß nicht, Hip-Hop, R'n'B und, und Trap und so, da braucht man nicht so viel. Andersrum bei Techno, House oder so, krasse Produktion, da, finde ich, kann man schon einen drauflegen. Mhm. Aber, Hip-Hop ist für mich eher dezent, dezent, aber krasse, krasse Klänge. Mhm, okay. Ja, klar, warum nicht, äh, da gebe ich dir definitiv recht, gerade viele Oldschool-Beats, also, wenn man die sich wirklich mal anhört, äh, finde ich tatsächlich auch selber verblüffend, wirklich, ja, also, man sitzt da und denkt sich so, okay, eigentlich, hier ein bisschen Drums, eine Bassline oder so, die ein bisschen eine Melodie spielt und ab und zu glimpert mal noch was im Hintergrund, sag ich mal. Schon, meistens, meistens in der Hook oder so und das war's, das ist durchgehend, dann laufend, aber es hat irgendwie trotzdem eine Wärme und ein Groove, dass es alles zieht, das meine ich ja und da war Dr. Dre für mich der ultimative Held, der hat mit so wenig, mit vier, fünf Instrumenten, durchgehend, äh, fünf Minuten, äh, Vollgas gegeben, also, das, das muss man erst mal schaffen können, das ist schon eine schwierige Sache, so, aber machbar, machbar, definitiv. Ja, und wie bist du denn beim, äh, Bauen des Beats vorgegangen, also, weil, ja, man hat ja irgendwie immer mal wieder die Diskussion Drums zuerst oder Melodie zuerst, äh, wie machst du denn das? Das ist schon unterschiedlich bei mir, also, grundsätzlich fange ich meistens mit den Keys an, so, ich habe eine Grundmelodie, meine Grundakkorde auf, auf, auf meine Stimmung abgestimmt quasi und dann, äh, fällt es mir viel, viel leichter, die Drums einzuspielen, aber es gibt auch Tage, wo ich mir denke, hey, ich brauche quasi gerade, meistens passiert das, wenn so schnellere Beats entstehen, dann spiele ich die Drums auch ein, sehr gerne spiele ich die Drums ein und dann kann ich quasi viel feiner mit den Instrumenten, äh, mich an den Beat anpassen. Wie meinst du? Dann sind das nicht, also, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Keys anfange, dann spiele ich meistens, äh, Chords, die, äh, anhaltend sind. und andersrum mache ich ein Beat und spiele die Chords dann ganz kurz auf, auf die Kick oder so, also mehr angepasst auf, auf das Schlagzeug. Okay. Dann entsteht so für mich so eine, mehr groovige Nummer oder so. so, 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 so mache ich das. So, bildet sich doch der Unterschied zwischen Balladen und Dance, Dance Sachen so. bei mir so. Balladen sind mehr mit Instrumenten angefangen, also mit Keys oder so, oder Klavier und Tanznummern meist, also so, wie ich quasi den Groove gerade spüre, so spiele ich das Schlagzeug ein und passe dann die Instrumente drauf an. Mhm, okay. Ja. Und dann jetzt speziell im Fall Teufelskreis, da hast du dann auch die, die Drums zuerst gemacht, oder? Nein, da habe ich die Keys. Okay. Genau, da habe ich das Klavier quasi erst eingespielt. Ich hatte den Song quasi schon davor geschrieben und hatte ihn schon melodisch im Kopf und dann habe ich meine Chords quasi angepasst an die Melodie und habe die Keys aufgespielt genommen und dann Stück für Stück weiter. Dann habe ich den Trap-Kit quasi in den Trap-Style als Kit eingespielt und dann die Bassline. Meistens arbeite ich mich so voran und dann fülle Elemente wie Chords oder so baue ich dann noch dazu. Genau, dann baust du den Song halt so nach und nach auf. Genau, genau. Okay, cool. Ja, Stichwort Bassline beziehungsweise Bass und Drums, das ist ja das, ja, auch immer oft schwierig zu mischen dann und ja, dass die sich nicht in die Quere kommen, gerade Bass und Kick, wir sind ja beide im tieffrequenten Bereich unterwegs. Das stimmt, ja. Genau, wie hast, wie hast du denn die gemischt oder kannst du uns da ein paar Tricks verraten, wie man da am besten vorgeht? Also ich kann euch meine Variante erzählen, im Prinzip, wie ich das meistens mache. ich cutte sie, also ich lasse sowohl der Kick Luft, sowohl den Bass auch, also ich cutte sie, ich benutze Low- und High-Cut-Filter und cutte den Bass oder die Kick, zum Beispiel die Kick so ungefähr bei 50 Hertz, Bass bei 70 Hertz. Das ist so meine Variante und dann habe ich diesen Spielraum quasi, die Kick tue ich noch ein bisschen punchen, ziehe mir die die Frequenzen raus, die ich brauche, so ungefähr bei 50 bis 70 Hertz und dann habe ich Spielraum quasi von 70 abwärts bis 600, 800 Hertz für die Baseline. Genau, High-Cut tue ich auch nochmal, die Frequenzen, die ich nicht brauche, so bei 8000 tue ich sie schon weg hatten, je nachdem wie klar der Bass klingen muss. Genau, ich schränke sie mir quasi ein mit meinem EQ, genauso wie ich sie eigentlich haben will. Und also quasi in deinem ausgewählten Frequenzbereich, der dann sozusagen noch übrig ist, machst du da auch noch irgendwie Anhebungen, Absenkungen oder lässt du den einfach so wie er ist? Je nach Gefühl, also manchmal brauche ich mehr Saft, manchmal, es hängt auch davon ab, was für ein Instrument ich gerade benutze, welchen Bass, wie ist der gemacht, also was zum Beispiel jetzt als Sampler, ist der Sample gut, also Also ich meine jetzt nicht, um den klangtechnisch quasi zu beeinflussen, sondern um den, ja diese Kick-Bass- Balance irgendwie noch weiter hin hinzubekommen oder hinzudrehen. Ja, den Transistor benutze ich von Native Instruments, den zum Beispiel oder Multiband benutze ich auch sehr gerne, wenn ich an Kick und Bass arbeite und da irgendwie noch mehr Unterschied zu erzeugen. Also du sprichst dann von Kompression oder Genau, genau. Okay. In dem Fall schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass du zum Beispiel sagst, ja cool, meine Baseline, die will ich jetzt hier bei 8900 Hertz noch ein bisschen anheben und dafür senke ich die Kick eben in diesem Bereich ab. Also weißt du, wie ich meine, so konträr zu. Ich verstehe dich. Was ich, also in meiner Erfahrung, was ich sehr gerne mache, ich tue sie absenken. Bei 5600 Hertz tue ich sie gerne absenken, die Baseline an sich. Ich finde, wenn man die Mitten so der Baseline abnimmt, entsteht so ein wärmerer Klang. Ich hatte mal einen Fall mit einem Instrumentalisten, der Bass gespielt hat und wir haben lange gerätselt und lange geschraubt, dass der Sound richtig fett und Bass lastig klingt, quasi akustisch aber. Und da ist mir das aufgefallen, dass ich so die Mitten also 5600 Hertz runterziehe, bisschen absenke und dadurch entsteht ein bisschen mehr Luft dann. Ah, okay, cool. Genau, das ist so mein Ratschlag, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber definitiv mache ich das so, in den meisten Fällen. Ich hebe den Bass, wenn ich ihn noch bassiger haben will, noch bei 100 Hertz an, 120, je nachdem wo er klingt und absenken bei 5600. Und dann entsteht, dann entsteht, dann entsteht die Kick eigentlich schon, dann hat sie schon mehr Präsenz, mehr Klarheit und dann schaue ich halt, je nachdem was ich mehr brauche, brauche ich eher die tieferen Frequenzen oder brauche ich eher den Punch und dann ziehe ich den noch mit hoch, ja. Genau, oder dann eben zum Beispiel die Attack von der Kick. Genau, das meine ich mit Punch, das meine ich mit Punch, ich sage immer Punch dazu, aber das ist, das meine ich mit der Attack quasi. Wenn ich mehr Attack brauche, dann ziehe ich sie mir nochmal hoch, je nachdem wo sie liegt. Das ist halt dann bei mir in dem Fall, je nachdem wie der Sound klingt, welche Kick ich gerade benutze, aber ja auch so zwischen 70, 80, 90 und um den Dreh. Genau. Ja gut, wie du schon sagtest, das ist natürlich auch immer abhängig vom Klangmaterial, das einem zur Verfügung steht, aber so ist es, ja. Ne, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein guter Tipp. Es gibt ja schon sehr, sehr gute, sehr, sehr, so gute Samples, quasi, und bei dem einen ist die Attack-Zeit super, da musst du nichts machen, bei den anderen hörst du sie kaum, genauso, genauso wie bei den Basslines, genau, oder Plugins, das ist halt sehr viel Unterschied, ich kann das nie wirklich, ich kann das nie wirklich für jedes Instrument so verwenden, wie ich das gerade erzählt habe, das ist immer ein Unterschied für mich selbst. Ja. Auch, auch nochmal, ob der W entstanden ist oder ob das akustisch eingespielt ist, das ist halt immer, ich vertraue viel auf mein Gehör und dann schraube ich. Ja, das sollte ja auch immer dann noch die letzte Instanz sein, also jetzt hier zu sagen, ihr müsst generell bei, was weiß ich, 80 Hertz absenken, das ist ein Schmarrn, also es kommt wirklich darauf an, was man hat. So ist es, deshalb kann ich leider nicht so viel dazu erzählen, weil letztendlich ist es eine Sache des Moments und was gerade vor dir ist, was du gerade an Instrumenten hast, welche Plugins, was auch immer. Ja, absolut, nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Dann, sag mal, wie bist du denn bei den Heads dann noch vorgegangen, das ist ja auch ein ausschlaggebendes Element im Trap. Ja. Ja, erzähl doch einfach mal, hast du da irgendwie, du hast es ja nicht stur durchlaufen lassen, sag ich jetzt mal, sondern man wechselt es ja ein bisschen ab, man kreiert da ja einen eigenen Rhythmus oder Groove, sag ich mal. Das stimmt, der Trap lebt davon, irgendwie die die Hi-Hat ist ein Merkmal und ein Groove oder wie du schon sagst, eine eigene Kreation, nicht mehr wie früher, dass man 16 irgendwie durchspielt und das war's und macht mal kurz eine Pause, sondern es ist ein eigener Groove, der mitzieht. Ja, was ich das spezifisch mache, ist dieser typische Trap-Style, den man dann kurz vor den Enden macht, dass man 64. reinbaut oder so, wenn du das meinst. Ja, also nicht jetzt irgendwie spezifisch, sondern einfach allgemein so, so ein bisschen wie hast du das gemacht oder ja. Um ehrlich zu sein, ich achte da meistens auf mein Gefühl, also ich, ist komisch zu sagen, aber ich spüre das irgendwie, so wie ich den spielen sollte und so mache ich das dann auch letztendlich. Dann verwende ich noch die Techniken, die man in den Genres verwendet und dann kombiniert Das dann zum Beispiel wären? Die Techniken? Mhm. Ja, wie gesagt, diese 64. zum Beispiel, dieses überschnelle Hyatt, also es laufen 16. und am Ende sind das halt dann, das ist so, ich weiß nicht wie der Begriff heißt, aber das sind meistens dann 32. oder 64. Ich mache das eigentlich mit einer Maschine, ich habe so einen Note Repeater, den kann ich halt einstellen, in welcher Schnelligkeit ich den haben will und kann gleichzeitig spielen, auf den Knopf drücken und dann spielt er mir den 32. ein und dann lasse ich den wieder los und spiele dann die 16. wieder manuell. Dann drücke ich wieder drauf, hab dann wieder, so mache ich das, und so fühle ich halt, genau da, wo ich dann diese 32. einspielen will, also vom Gefühl her, dann mache ich das genauso, wie ich es dir gerade erklärt habe und dann schaue ich im Nachhinein, ob es passt oder nicht, manchmal lösche ich den und mache den dann nochmal, spiele eine andere Variante quasi, bis es für mich passt, so. Genau, ja, da kann man ja sehr viel tatsächlich machen, also man, man denkt, das ging mir auch so, am Anfang dachte ich so, ja, Hi-Hats, so nebenbei ein bisschen, aber es macht schon, schon brutal viel aus. Es macht sehr viel aus, da muss man echt einen Style haben. Genau, man, man kann ja im Prinzip, also, ja, eigentlich, eigentlich fast schon eine Melodie damit kreieren, im Trap, das ist schon, schon cool, und da machst du, machst du es dann, generell bleibst du bei deinen Sechzehntel und machst es wenn dann nur schneller oder machst du auch mal Pausen dazwischen oder setzt es mal auf, weiß ich nicht, Viertel oder sowas? Auch, auch, je nachdem wie, wie, wie der Song gerade ist, also ich spiele sehr gerne damit, von, von Sechstel auf, wie du schon gesagt hast, von Sechzehntel auf Viertel, dann sind es Zweiunddreißigstel, dann wieder Sechzehntel, Viertel, dann Vierundsechzigstel, manchmal tue ich die, die Zweiunddreißigstel auch pitchen, das ist ja auch ein typischer Trap-Style, dass man, die Hi-Hats quasi pitcht nach unten oder nach oben, also ich spiele sehr gerne damit, ich, wie du sagst, ich versuche damit quasi eine Melodie zu erzeugen, das macht, das macht, das macht, diesen Trap aus irgendwie, finde ich auch cool, weil es ist so eine neue Richtung. Das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes, was ich eigentlich so in anderen Genres noch nicht wirklich gehört habe. Ne, ich auch nicht. Auch diese knallharten Bässe, die taugen mir auch. Genau. Also gerade diese überzehrten Bässe, früher dachte ich niemals, dass ich so einen Sound verwenden würde zum Beispiel. Ich hoffe, du weißt, was ich meine, diese ganz krassen überzehrten Bässe, die eigentlich kaputt klingen, die man nicht genau so was, mittlerweile kommt es so cool an, das ist, das steigert den ganzen Song irgendwie. Ja, es schiebt halt irgendwie so, es pusht ein. So ist es, es schiebt, wirklich. Das ist cool, finde ich cool. Es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich glaube, da passiert noch viel in diesem Genre. Es wird auf jeden Fall ein etablierter, neuer Style, definitiv. Für uns Musiker ist es super, weil wir können uns weiterentwickeln, wieder Spaß an was Neuem, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen Zeit gebraucht, auch um zu verstehen, wie aus dieser R'n'B, Hip-Hop Welt, die eigentlich auf einem Style eigentlich vier, fünf Minuten abgeht, so ungefähr, dann ein, aus dem nochmal was Kreativeres zu machen, das war jetzt auch ein Lernprozess für mich. Ich bin bestimmt nicht da angekommen, wo ich sein will, ich kann immer noch dazulernen und dazu machen, aber es ist cool, es macht Spaß. Ja, eben und ich denke, das hört man auch dann auf dem Song einfach, wenn der Musiker oder der Produzent Spaß an der Sache hat, also das ist schon auch wichtig und ja, wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall cool, dass du da versucht hast, die zwei Genres oder die zwei Bereiche zu vereinen. Ja, ja, danke. Wird weiterhin auch so angestrebt, auf jeden Fall. Ich will diesen, ja, diesen, sagen wir mal, älteren Style, diesen Oldschool-Sound, auch irgendwie wieder mit integrieren. Man sieht es ja auch zum Beispiel am Apache oder so, diese Sounds, Apache 207 heißt der Künstler, glaube ich, genau, ist auch ein Rapper. Genau, hört man ja, das sind ja 70er-Jahre-Sounds oder 80er-Jahre-Sounds, die ihr jetzt verwendet und die super ankommen. Genau, das ist mir auch schon aufgefallen, der hat so ein bisschen so, so was Disco-mäßiges irgendwie. Genau, Disco-Disco-Disco-Disco-Fox von damals quasi letztendlich. Plus, aber das neue Innovative ist halt, dass er drauf rappt, dass er diesen, ja, in Anführungszeichen Gangster-Style darüber bringt auf diesen Disco-Fox-Songs. Und das ist cool. Genau so was meine ich. Das ist die Kreativität, die in einem Künstler entsteht und das feiere ich am meisten. Dass man jetzt nicht nur, okay, ich mache jetzt Amerika nach mit ihren Trap-Songs, sondern dass man auch was Neues entwickeln kann und macht auch. Also Chapeau an Apache 207, ehrlich. Macht er gut. Ich bin jetzt nicht der überkrasse Fan, aber er macht es auf jeden Fall gut. Das ist was Neues, Cooles, ja. Nein, muss man, muss man auch anerkennen, also jetzt unabhängig davon, ob einem ein Song gefällt oder eben nicht. Also wenn er gut gemacht ist, dann kann man das durchaus, kann man das doch sagen, klar. Definitiv. Man sieht es ja auch an den Charts, also man kann nichts sagen. Die machen super Arbeit, die Jungs, ehrlich. Ja, nee, auf jeden Fall, da gebe ich dir vollkommen recht. Und wie du richtig gesagt hast, es gibt immer Spielraum nach oben, das ist ja auch das Schöne an der Kunst. Man ist eigentlich nie eingeschränkt, es kann immer irgendwie weitergehen und wir alle wissen ja, der Bass ist erst krass genug, wenn der Sabo vor die Katze einsaugt. Sau. Okay. So ist es, so ist es. Der war gut, ja. Ja, cool, Alex, wenn wir jetzt eh gerade beim Gesang sind und bei A&B und Rap beziehungsweise Trapverein, dann kommen wir doch gleich mal auch auf deinen Gesang zu sprechen. Gerne. Du hast ja schon gesagt, also du bist da mehr oder weniger draufgekommen eben durch A&B und weil dir das gefällt. Mhm. Ja, wie, also du hast es, hast es auch selber bei dir im Artist-Studio aufgenommen, oder? Den Song? Äh, genau, dein, dein Gesang. Äh, nee, es ist, um ehrlich zu sein, alles im Home-Recording-Studio bei mir zu Hause entstanden. Ah, okay. Ja, 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 ich hatte damals quasi, also ich, ein bisschen größere Wohnung und ein Zimmer habe ich mir quasi so eingerichtet und das war mein Home-Recording-Studio. Da habe ich das meiste eigentlich, äh, aufgenommen. Weil, der Song ist ungefähr vier, fünf Jahre alt und das mit dem Artist-Studio ist erst vor zwei Jahren entstanden. Ah, okay, verstehe. Ich dachte, du hast, also du hast den tatsächlich den kompletten Song schon damals fertig gemacht. So ist es. So ist es komplett alles. Ah, okay. Ich habe jetzt noch mal zum Schluss den Master verglichen quasi beziehungsweise noch mal angehört, den ich zu Hause gemacht habe, ob der im Artist-Studio auch über drei abhören passt quasi. Klingt, hat gepasst, hat gut geklungen. Ich habe ihn so akzeptiert, habe ich ihn so weitergegeben. Also, ist alles cool. Okay, cool. Ihr Respekt auf jeden Fall. Danke für mein Herz. Das ist ja auch im Home-Studio dann nicht ganz so einfach. Also oftmals, wenn man es dann in einem Studio hört, wo die Akustik und alles passt, dann fallen einem doch noch die ein oder anderen Sachen auf. Aber, nee, es ist wirklich echt cool, dass du das auch gerade so Home-Recording-technisch da alles gestimmt hast. Ja, es war eine lustige, lustige Geschichte. Also, ich bin dann immer, ich habe einen Master quasi zu Hause fertig oder sagen wir mal einen Mix fertig gehabt. Dann bin ich runtergerannt, habe mir ein Auto angehört. Dann habe ich mir irgendwo auf dem Handy angehört. immer, nach jedem Mix habe ich, also, ist klar, eine ganz andere Geschichte, aber ich habe immer eine Referenz gesucht, ob das auch so passt, wie ich das zu Hause mache. Und letztendlich, also, so wie es aussieht, habe ich einen guten Wert gefunden, um auch zu Hause arbeiten zu können. Schon cool. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich das jetzt alles schriftlich übernehme und alles, es macht unheimlich Spaß, im Artistudio zu arbeiten. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da muss ich auch nicht runterrennen zum Auto oder das Handy ziehen oder was auch immer. Du wirst vermissen, du wirst vermissen. Ich wirst vermissen, ja, aber es gehört zu meinem Leben, das gehört dazu. Das ist auch eine Lernphase. Das hat mich halt auch zu dem gebracht, wo ich jetzt quasi stehe. Das ist cool für mich, weil letztendlich kann ich in jeder Räumlichkeit arbeiten, weil ich ein anderes Empfinden dafür habe jetzt, was ein guter Master ist oder ein guter Mix. Weil oft täuschen ja die Räume und geben noch mit. Verändern, verzehren. Genau. Irgendwie habe ich durch diese Home-Recording-Geschichten auch gelernt, das ein bisschen wegzublenden, irgendwie mich mit den Boxen zu vereinen und da irgendwie ein Bild zu erschaffen. Auch an die Werte und Analyzer und so zu achten, dass da auch alles stimmt, sodass mich diese Täuschungen nicht irren. Und das hat sich auch bewiesen, weil letztendlich, klar, ein Schlafzimmer so ungefähr, das reflektiert alles. Der hat getäuscht ohne Ende. Aber ich hatte irgendwie eine Richtlinie, an die ich mich gehalten habe und dann habe ich es im Studio verglichen und es war cool. Es hat geklappt. Ja, cool. Das ist sicher dann auch ein sehr zufriedenstellendes Gefühl, wenn man da tatsächlich ins Studio kommt und der Mix dann einfach geil ist. Ja, voll. Aber ich muss auch zugeben, ich habe ja diese 28 Songs, davon sind bestimmt 10 nicht so gut. Da müsste ich nochmal ran, definitiv. Definitiv. Ja, jetzt wo du einfach ganz andere Möglichkeiten hast, kannst du dir ja dann locker nochmal ein bisschen nachbessern oder nacharbeiten. Klar, klar, klar. Ja, sehr schön, Alex. Und sag mal, kannst du noch ein bisschen was irgendwie zur Frequenzaufteilung deines Songs erzählen? Dein Gesang zum Beispiel, der ist ja schon relativ unangetastet und klar, würde ich sagen. Wie sorgst du denn generell dafür, dass jetzt in diesem Song die Instrumente sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen? Das ist eine gute Frage. Jetzt auf Stimme bezogen oder auf die Instrumente? Auf den kompletten Song. Als Master? Genau, ja. In der finalen, fertigen Version. Ich versuche in dem Sinne, ich hatte immer ein Problem mit der Klarheit quasi um die Verständlichkeit meiner Stimme und somit habe ich gelernt, also damals jetzt, ich rede vor 10, 15 Jahren, ich habe Songs gemacht, meine Mama hat nie was verstanden und sagte, hey, irgendwie muss das doch klarer werden oder sowas. An was liegt es und so. Ich dachte immer an meiner Sprache oder wie ich die Sache ausspreche und so. Aber lag es nicht, tatsächlich nicht. Es lag an Anhebungen und Absenkungen quasi meiner Frequenz und ich hebe gerne ab 6.000 ab, also auf, Entschuldigung, ab 6.000 auf. Mit einem Highshelf oder? Also ich arbeite, mein Master arbeite ich so aus, dass ich ein Channel EQ benutze. Da erstmal störende Geräusche versuche total wegzunehmen. Also erstmal senkst du nur ab im Prinzip. Genau. Auch vielleicht mit drei Fixpunkten, zum Beispiel S-Laute, sowas tue ich, versuche ich erstmal weich zu kriegen. Was ich, also ich arbeite im Master-Bereich viel mit Waves. Okay. Und da tue ich alles nochmal mit einem Maximizer, Ultra-Maximizer, quasi L3, glaube ich ist das, tue ich nochmal anheben. Alles um ungefähr 4 dB. Dann hole ich mir den Klicker von Waves. Den stelle ich ungefähr bei minus 42 dB ein. So arbeitet er für mich eigentlich gut. Er nimmt mir die Klicks weg. Erklär doch mal noch kurz, was genau diese Klicker macht. Der erkennt quasi die Klickgeräusche in, je nachdem. ob du spezifisch jetzt auf die Stimme eingehst oder auf den ganzen Beat. Der klingt Störgeräusche quasi. Klicks wie Schmatzer oder keine Ahnung oder scharfe Kars oder so. Die tut er dann minimieren oder komplett auslöschen. Okay, also und das funktioniert tatsächlich auch so gut auf dem Master. Funktioniert super, ja. Funktioniert. Ich verwende es meistens in dem Fall nur für Stimmen. Also ich lege mir eigentlich immer so, ich habe den Beat fertig, habe die Stimmen fertig und dann lege ich mir zwei Büsse an. Einmal den Beat und einmal die Stimmen und auf den Stimmen lege ich dann diesen Klicker drauf. Ah, verstehe. Also du hast dann quasi einen Pre-Pre-Master. Genau. Okay, okay, gut. So arbeite ich mich. Und für den Master direkt benutze ich quasi nochmal eine Queue. Okay, warte, dann bevor wir jetzt hier durcheinander kommen, dann genau, bleiben wir doch mal kurz noch bei der Stimmenbearbeitung und gehen dann ins Gesamtmastering über. Also Stimme hast du gesagt, du benutzt einen analytischen EQ, um Störfrequenzen zu filtern und den D-Clicker von Waves. Genau. Also ich benutze den EQ, um Störfrequenzen abzusenken. Ich benutze noch ein EQ, um dann Klarheit zu schaffen. Das waren dann die Anhebungen ab 6 Kilohertz in etwa. Genau. Und eventuell noch die Mitten rauszunehmen, wenn mir das zu nasal klingt oder wie auch immer. Eventuell auch, also jetzt, wenn wir von mir reden, besser abzusenken, weil ich habe manchmal eine sehr bassige Stimme, wenn ich singe. Bei anderen Künstlern ist es Bassanhebung, weil sie zu dünn klingen, je nachdem. Dann benutze ich einen Klicker, quasi, dass diese Klicks verschwinden, die mich stören. Meistens ein Satz anfangen oder meistens entsteht es da, wobei scharfen K's oder T's oder bei Schmatzern da ist immer so ein leichtes Klicken dabei. Ich nenne das Klicken. Dann benutze ich einen De-Esser, um die Essen dann nochmal weicher zu kriegen. Was benutze ich? Kompressor, klar? Klar, ja. Der kommt bei mir ganz am Anfang, um ehrlich zu sein. Je nachdem, je nachdem, also manchmal auch nicht. Je nachdem, wie viele Plugins ich benutze und was ich anheben würde und was nicht, weil kennst du ja bestimmt. Ja, ist halt immer Situation abhängig ein bisschen. So ist es und manchmal hebst du Sachen an, die du gar nicht haben willst, dann legst du den Kompressor nach. Und genau, das war es an sich eigentlich. Viel mehr mache ich da gar nicht. Okay. Und im Technisch. Da gibt es auch ein cooles Tool bei Waves, was ich in letzter Zeit in einem halben Jahr benutze. Das ist ein Breath quasi. Der tut die Atmer die kannst du leiser machen. Der erkennt die quasi automatisch und die kannst du dann leiser machen. Okay, ja, ich glaube ich habe mal glaube ich habe damals die News gelesen, als die das herausgebracht haben. Auch nicht schlecht. Wenn man damit arbeiten kann, wenn man es richtig einstellen kann, dann funktioniert das einwandfrei. Also man spart sich viel Arbeit. Genau, das wäre so die Stimmenbearbeitung für mich. Okay, ja, cool. Das wäre der erste Bus, quasi die Stimmen, die zweiten würde ich dann nochmal den Beat an sich, ein Multikompressor, dass da alles eigentlich in einer, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen Eingriff habe auf die Frequenzen, wenn zu viel Bass ist oder zu viel Höhen und so, dass ich da eine gerade Linie schaffe, jetzt nicht unbedingt gerade, aber dass ich da auf jeden Fall guten Einfluss habe, eine Balance zwischen den Stimmen und der Musik finde und dann gehe ich auf den Master über. Benutzt du Drei-Band, Multiband, Kompressor oder Vier-Band? Vier-Band, genau. Aber auch manchmal auch Drei-Band, also es ist ein Unterschied, also in meisten Fällen Vier-Band, aber manchmal auch Drei-Band, wenn ich jetzt, wenn ich eine gute Balance schon habe und eigentlich gar nicht so viel arbeiten muss an dem Beat oder wie auch immer, dann benutze ich halt Drei-Band. Genau. Okay. Genau. Und dann gehe ich nochmal auf die Master-Spur, lege da nochmal diesen Ultra-Maximizer drauf, hebe die ganze Spur eigentlich an und arbeite in letzter Zeit mit Brainworks Masterdesk, den benutze ich sehr gerne als Master-Tool quasi. Ja, genau, Masterdesk hilft mir auf die Sprünge, das ist mit Side-EQ. Kann das sein? Genau. Schau mal gerade, also der hat Kompressor, der hat einen Limiter, Vierband-Kompressor, der hat einen Ah, okay, ja, ja, genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Der hat alles, was man eigentlich an sich braucht, so. Genau, es ist im Prinzip wie so ein Channel-Strip eigentlich, kann man sagen. Genau, so sehe ich das auch. Und sehr geile Sache, also kann ich jedem empfehlen, ist ein super Tool zum Mastern und um da auf jeden Fall ein gutes Bild zu erschaffen. Ja, und das ist so, was ich an Arbeit mache. Okay, also ist nichts mit schön einmal online hochladen, KI-Mastering und dann passt das wieder. Nein, 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 da lassen wir lieber die Finger davon. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wenn man irgendwann mal zu viel Arbeit hat oder so, vielleicht ist das hilfreich, da irgendwie schneller an ein Ergebnis zu kommen, aber ich bin der Fan von selber machen, selber durchhören, selber dran schrauben, bis es passt. Finde ich cooler. Und irgendwann hat man sich ja auch selber seine eigenen Presets gelegt, von daher. Genau. Nee, klar, war ja nur halt Spaß gemeint. Ja, oder Channel Strips in dem Fall, ja. Ja, ja, klar, klar. Wenn wir gerade eh schon wieder beim Thema Online sind, der Konsum von Musik, der passiert ja mittlerweile auch hauptsächlich online, beziehungsweise via Streaming und oftmals ist es ja so, dass die Hörer mittlerweile die ersten paar Sekunden eines Songs sich anhören und dann halt eben sofort entscheiden, okay, höre ich den Song voll zu Ende oder nicht. Daher ist es ja auch ja, einfach oft so, dass die Songs sofort mit No Hook oder beziehungsweise in dem Refrain einsteigen, damit es quasi gleich so richtig Parts reinhaut und abgeht und man eben den Hörer dann behält. Genau, bei Teufelskreis hast du das ja aber, hast du dich dagegen entschieden, warum, warum hast du dich für, ich sag mal, eine mehr traditionelle Herangehensweise entschieden? Weil ich die, erstens die Tradition behalten will, irgendwie, ich stehe auf diese Intros, erstmal die Melodie spüren und dann fängt es an und andererseits ist, wie gesagt, leider der Song schon ein bisschen älter und jetzt gibt es ja neue Algorithmen und wie du schon sagst, Hook-Anfänge und sofort in die Strophe und was weiß ich, es ist eine neue Methode daraus entstanden, die ich damals nicht, nicht wusste, nicht verfolgt habe und daher, daher habe ich mich auf das Traditionelle oder das, auf meine Erfahrung oder wie ich das quasi immer gemacht habe, auch verlassen und habe das einfach so geführt und werde es auch in Zukunft machen. Ich, ich, ich sehe es jetzt nicht notwendig oder ich will mich nicht zwingen oder mich unbedingt jetzt an allem anpassen, was neu ist. Muss ich nicht, ich erwarte, ich erwarte schon von dem, was ich mache, auch eine Fanbase zu erreichen, ob es jetzt nach Algorithmus geht oder nicht. Ich glaube da, ich weiß nicht, meiner Meinung nach ergibt es nicht viel Unterschied. Musik ist Musik und wenn die gut ist, dann ist sie gut. So, so, ich sehe es. Ja, wobei, also es hat ja mit dem Algorithmus selbst jetzt eigentlich nichts zu tun, sondern es ist halt schlichtweg, ja, wenn ich als Hörer, weil es ist ja so, man hat ja ein riesiges Musikangebot durch diese Streamingportale mittlerweile. Das stimmt. und wenn ich jetzt daheim sitze und mir denke so, dü, 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 ja, heute hätte ich mal Lust, irgendwie wieder Musik zu hören, aber ich will was Neues irgendwie. Die Lieder, die ich habe, die habe ich schon tausendmal gehört, ich will irgendwas anderes und dann fange ich halt an und klicke irgendwo ein bisschen rum bei YouTube, Spotify, dieser, wo auch immer. Verstehe. Und um einen neuen Song zu finden, skippe ich ja durch den Track durch. Man hört sich ja nicht, nicht den kompletten Song sofort an. Und da ist eben halt der Punkt, wenn ich dann sofort anfange mit der Hook oder dem Refrain, dass du da mehr hängen bleibst. Genau, eben. Was ich mir aber denke, andererseits, wenn das jetzt zum Standard wird und du skippst und skippst und du hörst die ganze Zeit Songs, die mit einer Strophe oder mit einer Hook anfangen und dann hörst du plötzlich einen Song, der nur mit Melodie anfängt. Wäre das nicht auch für dich vielleicht was Besonderes? Ja, interessante Sichtweise. Das ist das, was ich meine. Das ist, das Traditionelle ist vielleicht vergessen. Oder wird nicht, keine Ahnung, weil es halt eben eine neue Methode gibt, nach der sich alle halten. Aber genau das ist ja meine Ideologie auch immer. Eigentlich will ich gegen den Strom schwimmen. Das ist so immer mein Plan. Ich will nicht unbedingt auch einer der Künstler sein, den man dann weiter skippt, sondern ich will irgendwie irgendwas machen, dass man dann doch denkt, oh, das ist ja was anderes an sich. Ich bin es gewohnt, dass die Leute immer mit Raps und Hooks anfangen oder was weiß ich, aber das, hier fängt es mit einem Piano an. Was passiert jetzt eigentlich gerade? Das ist so die Ideologie, die ich eigentlich erzeugen will. Auch in meinen Texten, auch in meinen Beats, auch in meinen, mit meiner Stimme. Das ist genau das. Ich will was anderes sein. Okay. Ja, klar. Ich meine, ich hoffe, ich meine, ich hoffe, meine Ideologie oder mein Marketing funktioniert. Ist klar. Das wird sich dann herausstellen, ob es klappt oder nicht. Ansonsten, weiß ich nicht, ob ich denselben Weg dann gehe und dann Songs habe, wo die Hook halt gleich anfängt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Muss ich mir anschauen. Das ist ja das, was ich auch jetzt als nächsten Schritt unbedingt erfahren will. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Nach meiner Methode, nach meiner Ideologie erzeugt sich diese Besonderheit? Bleibe ich besonders, weil ich die Sachen so anders angehe? Oder ist es dann ein Flop? Ist es dann, denken die Menschen, hey, ich klicke weg, brauche ich gar nicht? Weiß ich noch nicht. Ich bin selber gespannt. Genau. Das wirst du ja jetzt dann auch erfahren, sobald dein neuer Track am Start ist. Steht da schon eigentlich eine Premiere fest? Gibt es da schon ein sicheres Datum, wann der raus ist? Ja, es hängt ein bisschen fest. Also was heißt fest? Ich lasse den Cut dann quasi gerade nicer pictures. Du hast ja ein professionelles Video-Team sogar engagiert für einen Musik-Video-Clip. Genau, das ist eigentlich so, in letzter Zeit drehen sie viel mit Cool Savas. Das ist ein ganz cooler Typ. Mit dem habe ich jetzt quasi diesen Clip fertig gemacht. Und ich lasse den, also ich bin nicht der Fan von unbedingt alles nach Termin und Abgabe und was weiß ich, sondern ich lasse den jetzt quasi ein bisschen kreativen Lauf. Der soll das einfach nach Gefühl machen, wirklich dran Spaß haben. Aber ich denke, wir peilen den ersten Zehnten an. Also das ist, weil der Song ist nicht so ein typischer Sommer-Song, den man jetzt unbedingt raushauen müsste. Deshalb habe ich ein bisschen Luft nach oben. Entweder der erste Zehnte oder der erste Elfte. Je nachdem, wann ich, wann er fertig geschnitten ist. damit ich noch ein bisschen Luft habe für das ganze Marketing und genau. Genau. Stichwort Marketing dann noch. Also du hast ja schon auf jeden Fall noch ein paar Wochen Zeit, unabhängig davon jetzt, ob es vom, ob es am 1.10. oder 1.11. veröffentlicht wird. Wie, wie gehst du denn bei Marketing vor? Du wirst es ja vermutlich auf diverse Streaming-Plattformen hochladen und auch sonst irgendwie versuchen eben ein bisschen das Video und den Song zu bewerben. So ist es. Also was ich jetzt als allererstes mache, sobald das Video bei mir ist, ich bin nicht der Profi, was Marketing betrifft, leider. Das ist so eine Sache, die ich nie wirklich in Anspruch genommen habe, weil ich mich immer ums Produzieren konzentriert habe und Songs erschaffen und alles drum und dran. Aber jetzt wird es halt Zeit. Mein erster Plan ist erstmal die großen Labels anzusprechen, mich bei denen zu bewerben, ob die Co-operated mit mir gehen quasi. Wenn das nicht zustande kommt, dann mache ich das independent und dann sowas wie Record Chat zum Beispiel, das sind so Vertriebsplattformen im Internet, die die Songs auf allen Plattformen verteilen, sich um den Verkauf kümmern in dem Fall. Du zahlst einen monatlichen Beitrag und schon hast du sie auf allen Online-Plattformen quasi. Und du behältst aber trotzdem noch deine kompletten Rechte und kriegst eventuell auch deine kompletten Einnahmen von Streaming-Plattformen. Genau, da ist es so geregelt. Du hast deine Rechte und du klickst soweit ich weiß sogar 100% von den Einnahmen. Hauptsache du bezahlst deinen monatlichen Beitrag für die Releases quasi. So verdienen die ihr Geld. Es ist im Prinzip also soweit ich das weiß gibt es da entweder eben dieses Abo-Modell das du jetzt gerade erwähnt hast oder es ist halt so dass der Service im Prinzip kostenlos ist aber du kriegst dann nur einen gewissen Prozentsatz von deinen Einnahmen und die behalten den Rest. iGroove habe ich auch jetzt gelesen das ist auch so eine Company Gesellschaft die die bieten sogar Darlehens ein also so Finanzierungen und so für Clips und was weiß ich nur da das ist auch eine coole Geschichte aber die Anteile und so da ist es wiederum anders geregelt also was Einkommen betrifft und ja musste ich mir mal nochmal genauer anschauen aber auf jeden Fall die zwei Sachen wären interessant für mich für den Vertrieb ansonsten wollte ich noch hiphop.de und die ganzen Magazine anschreiben quasi um den Release Zeitpunkt beziehungsweise den Song mit anzupreisen dass auch mich als Newcomer ich weiß nicht inwieweit ich das schaffe aber ich werde mir auf jeden Fall die Mühe geben dir persönlich anzuschreiben und zu schauen wie wie man da zustande kommt ob das dann irgendwie eine Möglichkeit gibt äh Rap oder wie heißt die hiphop.de Rap Rap.de 16 Bars genau diese ganzen weil der Song passt ja auch gerade zu dem Schema so auch zu denen genau das ist das ansonsten YouTube klar ich habe meinen eigenen Channel Lifeline Music in dem Fall das ist mein mein Label wie heißt das Lifeline 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 okay genau minus music.de das ist jetzt so mein Ding neben Artis Studio das wird dann genau das Label vom Studio sein in dem Fall okay also du hast nicht du agierst selber unter deinem Künstlernamen Alessandro dann nicht du machst das quasi über dein eigenes Label dann genau okay ich vermute also ich weiß es noch nicht ganz sicher ich muss dann noch mal Absprache halten was schlauer wäre aber ich denke ja weil es wäre eigentlich logisch und ein besserer Move letztendlich mein Label zu unterstützen und mich als Künstler damit zu integrieren aber so so plane ich es eigentlich weil ich bin nicht der einzigste Künstler unseres Labels quasi meines Labels ich habe noch ein paar andere die auch jetzt Releases haben und ich will so quasi als eine Gemeinschaft des Labels sein okay das ist so mein mein Plan in Zukunft genau versuchst du eben selber so gut es geht über deine Kanäle ja eben einfach dein Video zu bewerben und dann eben über diesen Dienst und über diverse Medien und im Optimalfall bekommst du dann irgendwie ein Signing oder irgendwie ein anderes Kooperationsangebot von einem der ganz großen Labels sag ich mal so ungefähr so ansonsten wenn jetzt kein Signing oder so entstehen kann dann wird es halt einfach independent weitergeführt mit eigenem Label die einen Einnahmen werden wieder reinvestiert und so wird es einfach weitergemacht bis man irgendwann selber was aufbauen genau definitiv das war immer schon mein Ziel mein Plan mein Traum also mein eigenes Label zu haben mein eigenes Studio meine eigene Produktion meine eigenen Künstler quasi wie so eine Family auf Tour zu gehen und das ist so mein Ding ja mein Traum ja das klingt doch klingt doch auf jeden Fall schön da danke 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 drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen dass das klappt und alles hinhaut ich freue mich auf jeden Fall das Musikvideo dann zu sehen sobald es released wird ich mich auch die Vorproduktion also die die Bilder schon davor waren der Wahnsinn also ich bin ich bin echt guter Dinger ich bin so gespannt Wahnsinn ja auf jeden Fall nein das wenn die Jungs mit mit Größen schon gearbeitet haben wie wie cool Savas so ich denke da darf man schon definitiv dann auch hohe Erwartungen an das Videoteam haben definitiv definitiv ja cool Alex das war auf jeden Fall sehr interessant mal mal zu sehen beziehungsweise zu hören wie man so einen Trap Song ein bisschen aufbaut wie du da vorgegangen bist auch eben dass du was anderes gemacht hast das sich ein bisschen von diesem Einheitspreis sag ich jetzt mal abhebt und ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und danke dir wünsche dir weiterhin alles Gute danke vielmals danke für eure Zeit ja liebe Zuhörer da wären wir auch schon wieder am Ende unserer Folge ich hoffe ihr hattet Spaß und konntet etwas lernen vielleicht seid ihr gerade selber an einer Trap Produktion oder am Beat Bauen und hoffentlich konntet ihr ein paar Sachen mitnehmen und wir holen uns auf jeden Fall wieder am 5. Oktober und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Musik machen bis dann bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal